Das ist der Schlachthafen, da war ich ja schon mal. Fangen wir doch mal kurz rein. Hübsch. Schlecht, genial, da sind Menschen, ich höre dich einfach mal einen Moment an und mache ein paar Fotos. So, ich fahre mal an diese hohle Gasse und fahre mal gucken, hier das ist einfach der Schlosspark. Ja, sehr schön, wow. Und da sieht man auch noch mal die andere Seite des Schlosses. Kann ich gleich mal anhalten oder mal rumrum fahren und drauf zu fahren. Mal gucken wie hier. Die Bäume ist nummeriert offensichtlich. Ah, da ist das kleine Tor, das ich vorhin gesehen habe. Aber ich glaube, da kann man entweder rein fahren oder raus fahren, das würde ich dann noch tun. Aber ich denke, ich fahre erstmal noch eine Runde hier im Park. bin mir ziemlich sicher, dass man hier bestimmt gar nicht fahren darf, aber ich mache es jetzt mal einfach. Und da kann man hier im Park. Da hinten ist das Schloss, kommt am Ablauf zu, ich bin gespannt wie man das nachher auf dem Video sieht. Das macht ja Laune, besser von da, aber gut, sehr schön. Das ruckelt jetzt ein bisschen im Film, aber ich will einfach dieses schöne Schloss mal noch auf diesen Film bringen. Ich hoffe, da sieht man irgendwas. Das halte ich mal an und mach noch weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.